Ahoi! Liebe Camping-Freunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal, Kreuzfahrtcamper. Weniger als zwei Wochen sind noch bis zum Caravan Salon 2023, deshalb willkommen beim MESSA-Update und los geht's nach dem Intro! In diesem MESSA-Update wollen wir einfach mal auf den Fahrzeugmarkt schauen, denn es gibt es ja schon einige Fahrzeugneuheiten. Ihr habt sie vielleicht in den Print- und Social-Media-Kanälen gesehen. Wir wollen einfach mal gucken, was befindet sich auf der MESSA und dann unser höchstpersönliches Highlight. Wir sagen nur Travel Nature Connect, aber los geht's mit den Fahrzeugneuheiten. Gefühlt gibt es in den letzten Jahren einen Trend, da sind wir persönlich jetzt nicht so mit dabei, also da kommt es für uns nicht in Frage, das ist dieser sogenannte Offroad-Trend. Ihr habt es vielleicht schon auf diversen YouTube-Kanälen gesehen, die sich jetzt rund um Offroad-Fahrzeuge beschäftigt haben, ob sie nun auf dem MESSA sind oder wie Kai z.B. von Travel Camping Living, der mit dem Mega-Mobi Launch 600 Jahre gerade videotechnisch in Islander unterwegs ist. Also ihr merkt, es ist da viel Bewegung und so ist es natürlich nicht verwunderlich, dass auch auf dem Caravan-Salon dieser Fahrzeugtrend anhält. Ein Fahrzeug, neu im Portfolio vom Traditionshersteller Frankir aus Marktschorgast. Bei seiner Kastenmarke Yukon ist der Yukon K-Peak 6.0 BD und ihr seht vielleicht schon Bilder und wir sind echt gespannt, ihn in Halle 17, Stand B44 zu finden. Ja, vom Hersteller angepriesene Highlights ist ein Offroad-Fun immer und überall, denn es gibt ein 4x4 serienmäßiges Allrad. AT-Reifen gibt es und die Mercedes-Benz-Moderasierung ist schon bei 190 PS. Dann nur in der Edition K-Peak gibt es Autarkie, denn da ist eine 300-Lizium-Batterie dabei, 90-Watt-Solaranlage, LED-Scheinwerfer, 9-Gang-Automatik und eine Dieselheizung. Man hat Auswahl von drei Grundrissen von 3,5 bis 4,1 Tonnen. Ja, und es gibt zusätzlich Aufstelldach und und und. Die nächsten Neuharten gibt es bei Detlefs bzw. eher noch relativ junge Marke Crosscamp. Der U-Bahn Camper auf Toyota Verso, Opel Saphira Live und Mercedes-Benz Vito Basis bekommt jetzt einen großen Bruder, den Camper-Van auf Opel Movano Basis. Ein laut Hersteller modernes Design und individuelle Ausstattung sollten besonders junge Camper ansprechen und das bei einem Einstiegspreis von unter 50.000 Euro. Ob der Preis wirklich unter 50.000 Euro bleibt, das prüfen wir in Halle 15, Platz D46. Weiter geht's in Halle 10 zum surowenischen Traditionshersteller Adria Mobile, denn auch dort gibt es eine Neuheit. Für das Modelljahr 2424 nimmt Adria eine Altive zum Fiat Ducato ins Portfolio. Das neue Modell, Twinmax auf MN TGE Basis, kommt in drei Versionen mit cleverer Technik. Also der Adria Twinmax Basisfahrzeug, den gibt es mit Vorderantrieb ab 140 PS. Zwischen 5,99 Meter und bis 6,84 Meter, also auch ein langes Geschoss gibt es da. Maximal Gesamtgewicht trotzdem nur bei 3,5 Tonnen. Empfohlene Personenanzahl ist nur zwei, also es ist auf jeden Fall schon mal kein Familienfahrzeug. Ja, der Preis ist nicht bekannt aktuell, also lassen wir uns einfach mal auf der Messe überraschen. Und natürlich gibt es noch weitere Fahrzeuge, aber dazu kommen wir einfach später mehr, also wenn wir auf der Messe sind. Live, Work, Connect oder kurzum Leben und Arbeiten verbinden, so die neue Version von Fendt Caravan. Vielversprechend wirbt ja Fendt Caravan auf den Social Media Kanäle mit ihrem Raum voller Innovation und grenzenloser Konnektivität. Es ist ein Projekt laut Herstellerangaben eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen Fendt Caravan und zahlreichen Partnern. Es ist modernste Technologie und zukunftsweise Konzepte gemeinsam eine Community schaffen und den Lifestyle des Camping neu definieren. Was sich hinter diesen Werbetexten eigentlich alles handelt, das kann man beim Caravan Salon 2023 in Halle 9 kann erleben und wir sind gespannt. Wenn der Caravan Salon 2023 am 25. August startet, gibt es nicht nur jede Menge Fahrzeuge, technisches Equipment und Ausstattung zu sehen, sondern auch eine Fülle an Reisetipps für Touren in traumhafte Caravan Destination zu erleben. Auf der Eventbühne Traveler Nature Connect ist an zehn Messetagen in der Halle 3 des Düsseldorfer Messegelände ein buntes Programm rund um Outdoor aktivierten Live on Stage. Vorgestellt werden die Vorträge und Präsentationen wieder vom beliebten Moderator Alexander Maus. Und wir sind auch das erste Mal mit dabei. Am Samstag, dem 26.8. in der Zeit von 15.30 bis 15.55 halten wir in Halle 3 auf der Bühne von Travel und Nature Connect einen Reisevortrag und wir würden uns echt freuen, wenn wir euch dort begrüßen können. Wie Marcel schon gesagt hat, da geht es natürlich um das Thema Norwegen und zwar haben uns das Thema Norwegen der Natur so nahe im Prinzip gewidmet. Wir wollen uns also mal anschauen, was für tolle Erlebnisse und Natur man dort in Norwegen erkunden kann. Was haben wir erkundet in zwei Reisen, die wir schon gemacht haben und sind glaube ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Den Vortrag bereite ich noch vor und werde ich auch in erster Linie halten. Marcel ist natürlich auch mit dabei. Ja, aber natürlich werde ich wohl als erstes erstmal ein bisschen dann den Vortrag halten. Schauen wir mal. Genau, er redet ja sonst in den Videos zu wenig. Ja und wer am zweiten Wochenende da erst dabei sein kann, da empfehlen wir euch am Samstag oder am Sonntag den Beitrag Baltikum im Wohnmobil, eine Reise zwischen Märchenlandschaft und den modernsten Metropolen. Das ist mit Ralf von Living2Go, empfehlen wir auf jeden Fall. Ja, alle Veranstaltungen findet ihr auf der unten eingeblendeten Adresse. Da könnt ihr genau schauen, wann wo was stattfindet. Tja, das soll es schon gewesen sein mit dem zweiten Messe-Update vorm Beginn des Carbansalons Düsseldorf. Ja, wir freuen uns am ersten Wochenende dabei sein zu können und sprecht uns gerne an. Wir stellen uns zur Verfügung, wenn ihr Fragen zur Dieselpest habt, bitte nur ihn. Ich laufe weiter, nicht wundern, aber er ist auf jeden Fall da. Ja, und dann sind wir gespannt, was die nächsten Messe-Updates so bringen werden. Wir werden euch immer wieder berichten von der Messe und dann würde ich sagen, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao. Tschüss.